Hallo, ich bin Nicole. Ich bin Katja Haig. Und wir freuen uns total, dass unser Buch Lautstark jetzt fertig ist. Lautstark ist mit 53 Andachten für Jugendliche, für die Jugendarbeit zu aktuellen Liedern aus den Charts, die im Radio laufen. Ganz viele Autoren haben sich zu diesen Liedern Gedanken gemacht und sie mit dem Glauben in Verbindung gebracht. Dieses wunderbare Buch können wir euch natürlich wärmstens empfehlen und ihr könnt es ab sofort bestellen unter www.erw-buch.de Also, kaufen!